Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Christian. Auf diesem Kanal geht es um private Finanzen, besonders um souveränen Vermögensaufbau mit Aktien und mit ETFs. Ich sehe mich selbst als privaten Finanzinvestor, minimal auch als Immobilieninvestor. Heute werde ich trotzdem mal über meinen wahren Beruf sprechen. Das Berufsbild Finanzbeamter in der Öffentlichkeit ist zugegeben eher schlecht. Viele machen einen großen Bogen um den Beruf oder die Tätigkeit in der Steuerbehörde. Vielleicht besitzt du aber zu Unrecht dieses Bild. Meine über die Jahre im Finanzamt gefilterten Top anderen Berufe habe ich hier auch mal vorgestellt. Ich berichte heute über den Beruf im Finanzamt, unter anderem die Beamten, Laufbahnen, Ausbildung, Studium, Quereinstieg, Voraussetzungen, deine Mission, dein Auftrag als Angehöriger der Finanzverwaltung, Karriere, Gehalt, Nachteile des Berufs in einer Behörde. Wir sprechen aber auch über die Vorteile und ich gebe dir einen schnellen Überblick über den Aufbau der örtlichen Behörden, der Steuerverwaltung. Insbesondere, was sind die klassischen Abteilungen in einem Finanzamt? Schnittstellen zu anderen Behörden, Zollverwaltung, Bundespolizei, normale Polizei, Nachrichtendienste, BaFin und so weiter, die lassen wir weg. Das sprengt den Rahmen und damit sind auch eher Steueroberbehörden befasst, wie Landesämter für Finanzen oder Landesfinanzministerien. Die Steueroberbehörden oder Steuerbundesbehörden, die lassen wir heute auch weg. Der Fokus liegt heute nur auf der örtlichen Ebene, also dem klassischen Finanzamt bei dir um die Ecke. Gut, über die genannten Punkte gebe ich dir ehrliches Feedback. Ich selbst arbeite seit 16 Jahren innerhalb der Finanzverwaltung. Denk bitte trotzdem dran, alles Weitere ist nur mein eigenes Empfinden, meine eigene Erfahrung und meine eigene Meinung, um ganz am Anfang schon mal einen Rahmen zu setzen. Der Beruf Finanzbeamter ist größtenteils vielfältiger und bunter, als du vielleicht denkst. Und bei allem Ärger, Leid und Frust über Steuern und dein Finanzamt und der quengelnde Sachbearbeiter, mach dir bitte klar, die Steuern und das Finanzamt ist ein extrem wichtiger Baustein unserer Gemeinschaft und gehört zum Fundament auch unserer Heimat. Ohne Steuern gäbe es wenig Bildung, wenig Soziales, keine Sicherheit, keine Verteidigung, keine Spielplätze. Okay, erstmal zu den Fakten. Ein Finanzamt ist eine örtliche Behörde der Finanzverwaltung, auch Steuerverwaltung genannt und damit Teil der öffentlichen Verwaltung und zuständig für die Festsetzung und Erhebung von Steuern. Also alle Finanzämter sind im Wesentlichen für die Verwaltung von Steuern zuständig. Ausnahmen sind Zölle, Verbrauchssteuern und Steuern, deren Verwaltung an die Gemeinden übertragen wurde. Das ist zum Beispiel die Hundesteuer, darum kümmert sich nicht dein Finanzamt. Allgemein für den Vollzug der Steuergesetze liegt die Zuständigkeit grundsätzlich bei den jeweiligen Bundesländern. Im Regelfall ist der klassische Finanzbeamte daher kein Bundes-, sondern Landesbeamter. Also Mission und Auftrag von allen Beschäftigten der Finanzverwaltung ist die Sicherstellung der zutreffenden Besteuerung, Prüfung, Festsetzung und Erhebung und Vollzug der Steuergesetze. Wie ist jetzt ein klassisches Finanzamt bei dir in der Nähe aufgebaut? Sehr praktisch, alle ca. 650 Finanzämter in Deutschland sind seit 1920 schon alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Also ein Finanzamt gliedert sich immer in Sachgebiete, die ihrerseits mehrere Arbeitsgebiete enthalten und ein Arbeitsgebiet ist die kleinste Organisationseinheit und umfasst einzelne klar definierte Aufgaben. Gleiche, ähnliche oder miteinander zusammenhängende Aufgaben wiederum werden zu sogenannten Stellen zusammengefasst. Und zu den wesentlichen Sachgebieten in einem Finanzamt gehören zum Beispiel die Bürgerservicestelle, die Veranlagungsstelle für Arbeitnehmer, Veranlagungsstellen für Selbstständige und Unternehmer, die Veranlagung für Personengesellschaften, die Betriebsprüfung, die Steuerfahndung, die Finanzkasse und Vollstreckung oder auch Erhebungsstelle und der Bereich der Ausbildung. Das sind so die wichtigsten, die Rechtswerfstelle gehört auch dazu, das sind so die wichtigsten Bereiche. Und wichtigster Motor, Vorbild und erste Frau oder auch erster Mann in jedem Finanzamt ist der Vorsteher. Der Vorsteher oder die Vorsteherin leitet das Finanzamt und ist als Chef des Amtes Vorgesetzter aller Beschäftigten und Beamten, die in dem Finanzamt tätig sind. Der Vorsteher ist verantwortlich dafür, dass alle Aufgaben rechtzeitig, sachgerecht und wirtschaftlich erledigt werden in dem Finanzamt. Unter dem Vorsteher gliedern sich die Sachgebietsleitungen. Nochmal als Beispiel, zum Beispiel die Einkommenssteuer, Veranlagungsstelle für Arbeitnehmer oder die Betriebsprüfung. Für jedes Sachgebiet ist ein Sachgebietsleiter zuständig und jede Sachgebietsleitung trägt dann wieder für ihr Sachgebiet die Verantwortung. Unter den Sachgebietsleitungen kommen die Sachbearbeiter. Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen erledigen die Aufgaben in ihrem Arbeitsbereich eigenverantwortlich und stellen dabei sicher, dass die Aufgaben souverän erfüllt werden. In vielen Bundesländern sind einzelne Sachgebiete der Finanzämter in komplett eigene Finanzämter zusammengefasst. Bei mir in NRW zum Beispiel gibt es eigene Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen und Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndungen. Weiterhin gibt es auch reine Festsetzungsfinanzämter, die begleitend noch zusätzliche Aufgaben für andere Finanzämter erfüllen. Zum Beispiel ein Finanzamt übernimmt für andere alle Erbschafts- und Schenkungssteuerfälle. In jedem Finanzamt gibt es Angestellte und Beamte. Die Beamte gliedern sich in drei Laufbahnen. Die Laufbahnen des mittleren Dienstes, dem gehobenen Dienst und dem höheren Dienst. Die Angehörigen des mittleren Dienstes sind die Steuerexperten in den Veranlagungsstellen für Arbeitnehmer oder die Profis in den Erhebungsstellen. Dazu gehört die Finanzkasse und die Vollstreckung. Oft auch zu finden im Außendienst, dann besonders in der Lohnsteueraußenprüfung oder als Vorziehungsbeamte. Die Schwesterlaufbahn zum mittleren Dienst ist der gehobene Dienst. Im Grunde sehr ähnliche Einsatzmöglichkeiten. Die Ausbildung bzw. das Studium im gehobenen Dienst dauert etwas länger. In beiden Laufbahnen wird man aber direkt wirklich ab dem ersten Tag schon am Händchen gehalten. Jeder der Kollegen im gehobenen Dienst absolvierte ein duales Studium schon innerhalb der Steuerverwaltung. Im gehobenen Dienst findest du später ein Tick häufiger im Außendienst, zum Beispiel in der Umsatzsteuersonderprüfung, in der Betriebsprüfung oder in der Steuerverhandlungsprüfung. Der höhere Dienst steht etwas abseits zu den beiden anderen. Die Besonderheit ist, dass die Angehörigen der Laufbahn grundsätzlich nicht direkt nach der Schule direkt in der Behörde gestartet sind, sondern erstmal regelmäßig extern studiert haben. In der Finanzverwaltung ist grundsätzlich jeder in der Laufbahn des höheren Dienstes Volljurist. Das heißt Inhaber mindestens des ersten und zweiten juristischen Staatsexamens. Ja, es gibt seltene Ausnahmen, aber mindestens ab Ebene A15, A16 bleibt einer Regierungsdirektor und höher Vorsteher, Vorsteherin ist jeder Beamte Volljurist. Ganz grob, je nach Größe des Amtes, in jedem Festsetzungsfinanzamt gibt es circa zwei bis vier Beamte des höheren Dienstes zu den Voraussetzungen als Beamter. Für die Ausbildung im mittleren Dienst benötigst du einen mittleren Schulabschluss, für ein Studium im gehobenen Dienst optimal Abi, Fachhochschulreife reicht aber auch aus und für den höheren Dienst benötigst du ein abgeschlossenes Jurastudium. Die reinen Schulnoten sind nicht so entscheidend. Ich persönlich bin Beamter im gehobenen Dienst und war im Grunde nie besonders gut früher in der Schule. Ein Hinweis vielleicht zur Ausbildung im Rahmen der Steuerfinanzverwaltung. Wahrscheinlich egal, ob im mittleren Dienst, da die Ausbildung, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, oder im gehobenen Dienst, in dem Studium. Ich habe da früher eher die älteren Kollegen belächelt, wenn die meinten, das Studium in Nordkirchen ist so hart und schwer, ist auch viel zu lernen, wenig Freizeit, kommt die alten Hasen, erzählt mir nichts. Aber der Anspruch im schulischen Bereich der Ausbildung war dann doch in der Tat sehr anspruchsvoll. Zumindest für jemanden, der, wie ich jetzt gewohnt war, nie großartig für Klausuren zu lernen. Beim Lernen an der FH in Nordkirchen habe ich aber immer geschaut, dass ich dann solide vorbereitet war und jede Prüfung souverän im ersten Lauf auch direkt bestehe. Mit der nötigen Disziplin und ein bisschen Interesse an Finanzen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, das schafft das auch jeder. Dazu gehört leider auch, sich mal am Wochenende hinzusetzen und zu lernen, zumindest dann vor Klausuren oder Verprüfungen. Ein Studium im Rahmen einer Behörde, egal ob Finanzverwaltung, Zoll, Polizei, Bundespolizei, das kann schon die beste Zeit deines Lebens sein. Alles sehr familiär, kein Konkurrenzdruck, wer mag direkten Kontakt zu den Profs, sehr kleine Klassen, interessante Wahlfächer. Du wirst von deinem Heimatfinanzamt oder von deinem Dienstherrn die ganze Zeit am Händchen geführt und umsorgt und musst dich im Grunde in deiner ganzen Ausbildung und im Studium um fast nichts kümmern. Was von dir verlangt wird, ist natürlich, dass du alle Klausuren und Prüfungen ordentlich bestehst. Schwerpunkte im Studium, die lese ich kurz ab, sonst vergesse ich die Hälfte. Natürlich Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftssteuer, Abgabenordnung, Bewertung, Bilanzsteuerrecht, Besteuerung der Gesellschaften, internationales Steuerrecht und so weiter. Natürlich auch Privatrecht, öffentliches Recht, was man so kennt. Unsere Bundesländer sind sehr schlau und bilden ihre Finanzbeamten auch sehr gut aus. Nach dem Studium begegnest du fachlich jedem Steuerberater auf Augenhöhe. Die jungen Kollegen sind dann natürlich auch beliebt in Steuerkanzleien. Zum Ende bespreche ich noch kurz das Thema Finanzbeamter kündigt und wechselt in die Steuerberatung und ob das so eine gute Idee ist. Neben Beamten gibt es auch viele Angestellte in der Finanzverwaltung. Hier ist auch ein Quereinstieg sehr willkommen. Unter anderem Büro, Fachkräfte, Informatiker, Haustechniker, Bauingenieure, Bauingenieure als Bausachverständige, Forst- und Kunstsachverständige und so weiter. Nicht jedes Finanzamt hat zum Beispiel einen eigenen Bausachverständigen, sondern oft ist dann einer direkt für mehrere Ämter zuständig. Was verdient ein Beamter? Gehalt und Zahlen 2021. Das Gehalt ist in jedem Bundesland etwas unterschiedlich. Eine aktuelle Besoldungstabelle vom Bund verlinke ich mal unter dem Video. Da hat man so einen ungefähren Überblick über die Zahlen. Kommen wir jetzt zur Karriere im Finanzamt. Also dir sollte klar sein, was bedeutet Karriere für dich? Was willst du in deinem Beruf erreichen? Willst du immer glückliche und zufriedene Kunden oder Bürger? Willst du viel Geld verdienen? Ruhm und Ehre von deinen Kunden oder vom Bürger? Willst du am großen Rad drehen? Viel Gestaltungsmöglichkeiten, viel Mitspracherecht haben? Immer freudige Verhandlungspartner, beruflich andere Länder kennenlernen, internationale Kontakte, teure Hotels, immer moderne Büros, immer klimatisiert, dicke Dienstwagen, grundsätzlich hohe Führungsverantwortung, immer im feinen Zwirn rumrennen, opulente Dienst feiern, hohes Gehalt. Das kannst du dir grundsätzlich abschminken als Finanzbeamter. Wenn du klassisch Karriere machen willst und was Großes aufbauen möchtest, wirst du im Finanzamt grundsätzlich auch in anderen Behörden eher klein gehalten, dann ist das der falsche Beruf. Werd dann besser Politiker, Priester oder Unternehmer. Die sind da freier. Ganz egal, wie hoch du als Beamter auch aufsteigst, auch als Top-Jurist und Spitzenbeamter im Ministerium, selbst als B10-Ministerialdirektor, du hast immer jemanden über dir. Und immer leitet das Gesetz all deine Handlungen. Dein Büro wird sich später eher in einem Altbau befinden. Gut, dafür aber dann zentral. Deine Kunden werden zu dir und deinen Kollegen, wenn du Außenprüfer oder Steuerfahnder bist, auch eher nicht immer die zufriedensten und freundlichsten sein zu dir. Das nimm natürlich nicht persönlich. Große Mitspracherechte und reichlich Gestaltungsfreiräume besitzt du auch nicht. Alle Abläufe sind schon sehr fein austariert und im Gesetz bestimmt. Mein früherer Ausbildungssachgebietseiter meinte dazu, das Korsett des Staates ist eng, aber es hält warm. Du dienst bedingungslos dem Gesetz, dein gesamtes Berufsleben lang und musst beruflich besonders als kleiner Laufbahnbeamter politischer Neutralität verpflichtet sein. Das kann auch schon mal zu persönlichen Konflikten führen. Ich und auch viele Kollegen halten privat zum Beispiel wenig von einer Substanzsteuer wie der Vermögenssteuer. Wenn die Vermögenssteuer aber zukünftig durch Rot-Rot-Grün wieder eingeführt werden sollte, wird natürlich trotzdem unnachgiebig die Besteuerung auch sichergestellt. Auch wenn ein Beamter vielleicht die Dinge privat ganz anders sieht. Über das Gehalt kann man sich streiten. Ich persönlich fühle mich aber angemessen bezahlt. Du musst auch berücksichtigen, dass die Pension der Beamten wahrscheinlich auch in Zukunft noch etwas höher ausfällt als die reguläre Altersrente. Daneben zahlst du von deinem Netto nur noch die Einkommenssteuer und anteilig etwas für die Krankenversicherung. Also die dicken Sozial- und Rentenbeiträge, die fallen weg bei dir. Vorteil im Beruf ist auch, dass du vergleichbar einfacher Teilzeit beantragen kannst. Ganz generell bist du in deiner Arbeitszeit recht flexibel. Und man könnte noch Gleichstellung als Vorteil anführen. Wenn du es aber dein ganzes Berufsleben nicht anders kennst, ist das normal für dich. Es ist absolut undenkbar, dass zum Beispiel eine Kollegin weniger verdient. Den größten Vorteil finde ich aber ist die Krisen- und Zukunftssicherheit. Besonders wenn du neben deinem Beruf aggressiv, stur und stetig in Aktien, Kryptos oder auch in Immobilien investierst. Selbst wenn du alles verlierst, vielleicht mehrere Millionen Euro mit 60. Deine komplette Altersversorgung wäre weg. Das ist natürlich bitter, aber du wirst trotzdem nicht arm sterben. Das ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Ein heikles Thema zum Ende. Finanzbeamter versus Steuerberatung. Warum verlassen einige Kollegen die Finanzverwaltung und werden Steuerberater? Ich würde mir das sehr gut überlegen. In der heutigen Arbeitswelt sind Behörden trotz aller Nachteile, nun mal noch eine Insel der Glückseligen, auch in einer Leistungsbehörde wie der Finanzverwaltung. Die Privilegien eines zukunftssicheren Berufes aufzugeben, erfordert große Entschlossenheit. Wegen dem Gehalt kann ich mir das nicht vorstellen. Gut, ein Steuerberater verdient schon schnell das Dreifache, aber dann musst du dir auch ständig neue Anzüge kaufen, ein repräsentatives Autofahren. Du bist nicht mehr so flexibel in deiner Zeiteinteilung und so weiter. Und im Inneren weiß auch jeder Finanzbeamte, das aktive Gehalt ist fast unwichtig. Was zählt, ist der Zinseszins, die Zeit und dein Netto-Gesamtvermögen und die Flexibilität in deinem Beruf? Den Wunsch nach mehr persönlicher Verantwortung, den könnte ich gelten lassen. Aber was gibt es Verantwortungsvolleres, als sich um die Finanzen des Landes zu kümmern, das Geld des Landes zu kümmern? Fällt hier der Zahlungsstrom aus, verarmen kurzfristig Millionen von Menschen, die auf Sozialleistungen oder Rente angewiesen sind. Nur wenn dein Traum ist, eine eigene Steuerkanzlei aufzubauen, dich mit dem harten Gegner Finanzamt zu messen und dabei den freien Wind des Unternehmertums zu spüren. Okay, das könnte ich sehr gut nachvollziehen. Verlass die Verwaltung, aber nicht wegen des Geldes. Gut, mein Fazit, mein Weg zum Finanzamt und würde ich wieder den Beruf ergreifen. Zu meinem Weg ins Finanzamt, ich bin da extrem zufällig reingerutscht. Trotzdem habe ich mich nie als Schaffer Controlletti einer kleinen Mittelschichtfamilie oder Prüfer einer kleinen Klitsche gesehen. Unsere Mittelschicht in Deutschland ist im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedsstaaten eh viel zu arm, als dass sich das großartig lohnen würde. Mein damaliger Chef in der ersten Ausbildung war und ist laut jährlicher deutschen Reichenliste des Manager Magazins ein superreicher mit soliden 400 Millionen Euro Gesamtvermögen. Einblicke in diese erheblichen Geldströme und Vermögenswerte zu gewinnen und zu lernen, wie Steuern darauf funktionieren, das fand ich spannend. Klassische Karriere sollte man sich in den Beruf schnell abschminken. Es waren trotzdem gute, teilweise Top-Zeiten und teilweise ungute Zeiten. Knapp 30 Jahre liegen voraussichtlich noch vor mir. Wäre ich jetzt nochmal 20, würde ich aber eher Lehramt studieren. Ansonsten würde ich mich alternativ, aber auch definitiv beim Finanzamt wiederbewerben. Der Beruf ist mit Abstrichen durchaus okay. Schulnote 2,0 kann man schon vergeben. Nachteile gibt es immer. Herzlichen Dank an dich fürs Zuschauen. Hast du noch Fragen zu dem Beruf, zum Studium oder generell Fragen zum Finanzamt, Themenvorschläge? Schreib mir gerne, sei so lieb, lass noch ein Like da. Ring the Bell. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche.